Sooo. So, so, so. So, so, so. So, 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 ich geh jetzt ran. Mach das. Ja, mach ich auch. Ah, der muss ja was leisten hier. So, der ist gleich weg. Jetzt ist er weg. Ja, schön. Er klimmt dem Turm. Jetzt zieh ich auch den Arm auf. Ja. Ey, wir sollten dich mal einladen, irgendwie so. Jetzt ist er nicht schlecht. Danke. So, dann lass mal den Turm erklimmen. Ist das hier oder was? Unzählt deine Karte immer noch nicht oder was? Das ist ein Turm. Jetzt funktioniert das, weil ich alle, alle, alle. Alle, äh, Addons, ne? Hm. Ausgestellt habe. Einzel, einzeln aktualisiert haben. Achso. Ja, gut, das hat er aber auch gemacht. Ich hab über, äh, WoW Matrix, hab ich, äh, aktualisiert und die restlichen hab ich manuell dann gemacht. Ja, ich, ich nicht. Deswegen, aber jetzt funktioniert das, wie das ist schön. Okay. Äh, das steht hinter uns. Das, den hat er nicht. Toll! Ja, toll. Du musst mir jetzt so langsam. Ja, ich. Mach da wieder so Sachen. Ja, du. Wieso ich? Ja, weil du da wieder rumstandest. Ja, wo warst du denn? Ja, ein bisschen weiter vorne, weil ich ihn ja nicht nochmal erschlagen wollte. Ja, weil ich da nicht die Zeit für habe, ne? Ja? Alles Lebenszeit. Wollen wir weinen, deine Kinder, oder was? Ja, meine Kinder weinen, ne? Ja. Du musst dir die schütteln, heißt so. Ach, das geht schon. Wir müssen jeden Tag öffnen. Äh, wir müssen jeden Tag öffnen, essen. Das musst du mir was geben. Die Kinder hätte, würde ich das wohl machen, ne? Oh, ne? Erklimm den Turm, wir haben's! Hier, wo? Ach, jetzt kann man hier auch ne Quiz bei dir Schriftneile abgeben. Ach. Äh, okay, hab leichte Lacks, aber... Hast du gelesen, die Nachrichten, dass irgendwie Spieler Lacks und sowas haben, ne? Die daran arbeiten. Ja? Hm. Oder Verbindungsabbrüche, oder so. Also, handelt euch zum Turm hinüber und steckt dann zum Gipfel den Gebirgspfad hoch. Das Gebirgspfad hoch. Äh, von hier oder wo? Geht weiter. Ich erstatte Graumendebericht. Sie steht da. Ja, da ist ein Ding, da ist ein Aken. Wo ist Ding? Juuu. Ach, da, stimmt. Ein Haken heißt es. Ja, was hab ich denn gesagt? Das ist ein Ding. Ne, Haken hab ich gesagt. Das ist ein Ding, hast du gesagt. Ne, ich hab Haken gesagt. Das ist, äh... Du hast so ein Ding. Videotechnisch aufgenommen und, äh, beweisbar. Ja. Das muss man jetzt komplett hier rüber. Ja, Gebirgspfad, siehste. Das muss man hier machen. Oh. Ne, 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 ne. Oh, ach, guck mal, hier war auch ein Haken. Hätte man ja auch nehmen können. Ja, aber wir sind ja... Vorgehen wir mal. So, latsch mal nicht da rein in den Shit. Wieso schlägst du dich? Man kann doch einfach vorbeilaufen. Ich mag schlagen. Du mag schlagen, ne? Na dann ist ja gut. Ich würd gerne so einige Menschen zuschlagen. Hm. So, mein Loot. Hau doch mal ab, dann. Deine Scheiße, wir sind in den Looten. Das gesocks echt. Siehste, ich laufe einfach weiter, weil ich hart bin. Hier sind ja überall Haken, da kann man sich... Den muss man ja gar nicht hinlatschen. Was ist das für eine Scheiße? Du hast recht, jetzt hau ich den unter. In die Fresse, echt. Dem? Dem? Ja, das nervt er schon. Gesetzt das Stärken. Oh! Das ist ein Haken. Diesmal hab ich nur gesehen. So ein Ding. So ein Ding ist das, ne? Oh, aber wirklich, knapp gelandet hier. Ähm. Ich glaub da, wo die Leichen sind, oder? Wo sind denn da hin? Ja, wo die tot sind, hier. Ne, das ist glaube ich falsch. Wo die tot sind, hier? Wo ist das denn? Ich glaub da oben sind. Ne, ich glaub man muss noch eins hören. Wo die tot sind, hier. Ja. Oh, guck mal. Klingelböö. Klingelböö. Rahmops über Rahmops hier. Ja, ich guck in die falsche Richtung. Auf die Schnauze und das noch Augenstrawl. Jetzt kriegst du noch eine Zwiebel weg. Gib uns die Blitzschlag. Kick it. Oh, movement. Tsch, 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 tsch. Was war das? Weil du spielst hier nicht irgendwie Woffern oder so? Ich brauche einen, Tsch, tsch, tsch. Es gibt auch, tsch, tsch, tsch. Ne, die, die, die. Die gibt's keinen, tsch, 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 tsch. Tsch, tsch, tsch. Ich brauche einen Tee. Also was hat er denn? Schäumende Essenz? Und dieses Objekt mich beschäftigt. Das funktioniert alles bestens. Das ist so schade. Und ich habe keine Fehlermeldungen. Guck mal, der, der geht da am Haken. Und dann schaue ich den Haken auf. Aha. Piu. 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 Oh, das ist echt für die Sucker. So ungefähr wie, oh wir wollen uns nicht schlagen, ich mache hier die Haken. Blablablabla. Piu. 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 Und schon kriegt auf die Fresse. Aber gut, da er auf die Fresse liegt, kann ich auch hol nie. Jetzt habe ich ihn angeklickt. Oh ja, hau vom Haken ab, Junge. Piu. Piu. Ich mach mal den Hacken frei, ja. Ja, aber Marken hab ich, Alter. Hallo. Wo ist der Hacken? Ja, da wo, wo ist. Oh. Wieso unterbricht er das? Wer hat sie ja gepoolt? Wer hat denn hier gepoolt und ist aufgehauen? Ich weiß nicht. Ich bin gleich tot. Ich war es nicht. Boah ey, ich weiß nicht. Wieso hast du mich? Ich hab doch nichts gemacht. Du hast gepoolt. Ja, am Arschloch hab ich gepoolt. Am Arschloch gepoolt, ja. Die riechen an deinen Arschloch und laufen hinter dir eher. Also... Also wieso bist du hier tot und noob? Muss ich wieder warten wegen dir hier. Ja. Das stimmt. Oder so. aus Hass, äh, aus Rache zu stehen an der Bergtige hier. Hm. Alter, lass mich doch in Ruhe, äh. Böse, böse, böse. Böse, böse. Alter, krieg das doch mal hin. Ja, ruhige dich, Junge. Ah, sagst du Junge zu mir? Hm. Hast du's jetzt langsam? Was ist der Haken? Was ist denn Haken? Was ist denn Haken? Hm. Ach da, okay. Dankeschön. Das ist der Haken, der wieder nach unten führt. Und auf. Ja, ja, ja. Wo ist der nächste? Wo ist der nächste Haken? Lauf doch den Rest einfach. Da ist doch kein Gegner mehr. Hier kann ich doch nicht laufen, nicht im Kochen. Ich geb mal die Quest ab. Da ist es. Der Sturm ist mit mir. Quests beenden. Sucht nach Mutter, der Toringnir beruht und retet sie. Ja, willst du also alleine spielen? Haha. Befreit ein Leben wieder. Tötet zehn Teufelskorn. Rückhol, ähm. So, ich kann den nebenbei mal für was anmelden. Was ist denn jetzt? Spieler gegen Spieler hier. Da war da irgendwas. Bonus Schlachtfälle. So, ich geh weiter. Und nehmen wir ein Dungion, ne? Hm. Okay. Wie du gehst weiter. Wart's gut, vielleicht zu warten, ne? So. Gleich hier oben. Linkt! Linkt! Toll. 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 Hast du toll gemacht, echte. Jetzt, jetzt mach das mal klar hier mit mich. Allee. Komm, wir müssen dich schnell umhauen. Bluten. Bluten. Beimachen. Alle müssen freile mal den Scheiß hier. So. Kraftsnehme befreit. Beitreten. Oh ne. Was? Was? Ich hasse diese Scheiß-BG. What? Ein ehrenhaftes Million? Woher hab ich das bekommen? Hm. Hast du? Ich auch. Da hast du dir erzählt, du hast Fläschchen geholt? Ja, so. Ja, aber ich weiß nicht, wo die Briefkäste sind. Das ist gut. Das ist gut, eh. Ja, wenn man so anmeldet und man sich vorbereitet. Ja, 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 immer ausreden. Ausreden. Umstubende 9. GZ-GZ. GZ-GZ. Ja, wir sind so blitzmäßig aufgestiegen worden. Nein. Angeglichen, alles. GZ-GZ. GZ-GZ. Wir haben sie zu blitzmäßig aufgestiegen worden. GZ-GZ. monaten jetzt wird ja ich auch australwanderin Elefantensau Hörmann er kann nicht mehr gern um die Kassen ausgestorben nicht schon Schadenskontrolle wie soll ich schon oh ich bin gleich tot oh mein Gott ich bin tot was Nuke da sind alles hier Botter ich bin auch tot oh das sind alles so Botdreck abschaum ich weiß gar nicht wie man den Spiel dem begeht ich auch nicht ich werde angegriffen oh Gott ey ich hab eventuell getötet das ist nicht gut ja ach die Bomben sehen jetzt anders aus ja ich bin gleich schon wieder hinüber so ich auch Alter sind wir scheiße aber gut ich war noch nie mit dem Ding drin ich weiß gar nicht wie wir nicht spielen hat das Startfeld verlassen gut ich hab keinen Bock mehr zu retten ich glaub wir werden kaputt gemacht hier oh Mann wir haben ja keine Rüstung ah ja komm hier ich bin schon dreimal gestorben ja ich bin hier ich werde die ganze Zeit auch angegriffen von dem Abschaum hier Gott aber ich sag dir was Priester sind immer noch so ob wie vorher ich bin gleich schon wieder tot ihr leckt mich doch im Arschloch Alter ich hab das Sterben zu ich hab gar keinen Bock mehr echt jetzt ich auch Alter das ist 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 ich will gar nicht mehr retten 8 St hins spartner ist in der blutemann wenn sie mal erkennen die unter Friedhof johannes es hat scheiße wenn so leute wie wir arbeiten müssen und die ganze Hartz-IV Penner ununterbrochen zocken und schon alles hier sonstigen können das fängt euch doch nicht nur damit man sonst kein Leben hat ja jetzt sehe ich auch die Bomben da Glitterglitter die Scheiße aus ich finde das krank nach einem Monat ist das schon alles langweilig für dich ja mein Gott ich meine was soll man da sagen man kann dir nicht vorschreiben wie die zu spielen haben und nein nein aber das ist für mich und ich meine ja wer halt nun mal obdachlos ist obdachlos ohne Arbeit meine ich ne ich meine man kann jetzt nicht wenn genug Kili spielen jetzt die einfach zur Schule gehen Scheiße wieso dafür dass wir so oft gestorben sind was was wie kommt der da hoch alter achso ne ich bin so eingerostelt ich weiß ja Blutelfen Blutelfen sind so scheiße die 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 Schule aus achso das ist welches am recht sein ich weiß ich bin gleich schon wieder hinüber ne ey ich bin ihnen das geht begegnen als maior Züge Das ist die nicht ganz so ganz durchsehe aber der älter kaum was aus other ja ich weiß ja auch nicht wie ich nachkampf und ich hätte keiner im BG gespielt sie als nach dem Programm ich ich kann wir sind ja nun kommen mit ihr ich sehe mich die ganze Zeit als ich mich selber anwesend ich höre und gilt 3 4 ja das Prozent ich bin nun schiebt und ganz gut nur noch gut ja weiter können wir nicht besser durch die ich ich greife die die schriften was war auch ich mach das jetzt so einfach wirklich wie so ein scheiß du wie die die wir früher immer zerprügelt haben alter die wollen mich aufhalten die ficker ich werde ich werde immer unterbrochen man das kann sich wohl erledigt hier ich bin schon wieder tot das regt einen auf oder die anzeige an ich finde diese 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 beiden wie sagen wir nichts mehr moment ist das schlechte ich meine ok für uns ist unser erstes mal seit monaten finde ich jetzt nicht so wild ne aber und äh wir sind nicht geröstet apropos geröstet ich hab erdnüsse was du erzählst was von geröstet und dann kommst du auf geröstet und dann kommst du auf erdnüsse was ist das alter ja ich weiß nicht er hat es ach so wie ist die ich glaub ich hab gar kein Schaum gemacht hier also wir stehen zu abschrauben oh ne das ist das macht kein spaß ok jetzt hat irgendwer hat er gedrückt hier ok wozu die sterben sowieso ach Gott er macht doch irgendwas Leute sonst dauert das eine Ewigkeit ey das ist scheiß Jäger ne ich glaub die freuen sich richtig wenn sie jetzt so ne Typen mit uns hier umballern ich glaub ich hab einen gekillt könnte ich mir fast grad vorstellen ne echt weißt du was eine war wo ich ständig dachte ich hab einen gekillt und dann war ja gar keiner tot doch du hast einen gekillt doch du hast einen gekillt ich benutze auch diese ganzen hab ich jetzt eben gerade gar nicht drauf geachtet die ganzen äh ähm Sachen die mein überleben sichern sollen hier wie äh schadensregulierung äh also schadens ähm absorption und so was hab ich gar nicht benutzt jetzt wie verschwimmen und so ne mhm also wenn ich Quäste benutze ich das schon aber ja sinnlos ja gut ich willst du warten was wirst du erwarten nach ein paar Monaten ich rede gerade na und ich kann dich auch unterbrechen wenn ich will ne 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 da da musst du erstmal zu mir rankommen und dann kannst du mal sehen ob du kicken kannst ne du kannst du nicht kicken mir äh mich nervt dieser gelbe Kreis hier unter meinem Augen ohja ich werd gar nicht bis reinkommen hier ach so ich geh doch im Marsch alter wie sie alle stehen die schwuchten weiste jetzt findest du so jeglicher Heal sollte aus äh pvp entfernt werden ey kannst vergessen ich komm gar nicht ran alter ich mach hier nix mehr so ist gleich vorbei hier oder was oh immer noch ne Minute ja ich glaub wir haben irgendwie die Kleben kurzen oder so halt das war mein Kiel mein Kiel und die hat mich dazu gefloggt oh ist das erbärmlich ich komm ja nicht mal durch echt ja ich komm auch nicht durch also ja ich habe mich dazu gefloggt du hast du 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 Oh Gott, noch eine Runde. Haha, ich hab auch keinen Bock, ich will nicht mehr. Oh Gott. Oh Gott. Guck mal, alle gehen raus. Oh ja, tatsächlich. Ach, ich bleibe hier ansehen. Ich geh runter und lass mich zerprügeln. Denn ich denke, man muss auch das erstmal schaffen, dass man irgendwie 15 mal zerschossen wird. Nein, nicht. Jeder kann das nicht. Pass auf, weiß was ich mache, ich geh an so ne blöde Kanone. Das war ich eben. Ja, das sieht's mir die auch von. Ich hab auch die. Irgendwas sagen, die an der Grafik fallen. Wieso? Wer kommt denn drauf? Das sieht irgendwie nett aus. Neußer. Also frisch, frisch gestützt. Frisch gestützt. Ha, 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 du blöd. Fotze? Wollte zu sagen, Fotze? Blöd. Nein, wollte ich nicht. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Ich, schön, wollte ich sein. Tot. Hier, 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 wo ich rausgehe. Hier, tot. Hier, tot. Hier, tot. Hier, tot. Die sind durch, die sind durch. Jaaaa... Lasst die mal durch da, ne? Ich laufe weiter. Ich will den Kreis hier nicht sehen. Hast du auch so'n Kreis? Wir... Wenn ich ne Bombe aufhebe, ja? Nee, unter... Als ob du markiert würdest, aber auf dem Boden So einen gelben Kreis Ach, so einen kleinen, ja, ja, doch, den hab ich auch, ne Ich dachte schon, irgendwas stimmt mit diesen Einstellungen oder nicht Ja, ja Geht doch alle raus Oh, ich hab wieder einen Kill, boah, pro Gamer Hier, ich will die raus Ich will die abrauen Boah, was für ein Blöde Kuh, ey Sofort fallen lassen, hab ich bekommen Ja, ich auch Alter, wo hat der in den Augenstrahlen singen gemacht, das versteh ich nicht